Für die Inbetriebnahme des Bettfluchtsystems stecken Sie den Funkempfänger in eine stromführende Steckdose. Das rote Leuchten signalisiert Ihnen, dass das System betriebsbereit ist. Sobald jetzt ein sich in der Matratze befindender Sensor belegt wird, leuchtet der Funkempfänger dauergrün und gibt somit an, dass das Bett belegt ist. Wenn die Sensoren komplett entlastet sind, sich also niemand mehr im Bett befindet, schaltet sich der akustische und visuelle Alarm ein. Der NaviGo blinkt rot und gibt einen Alarmton aus. Nachdem Sie den Alarmton wahrgenommen haben, kann dieser Ton per Betätigung der LRN-Austaste ausgestellt werden. Der NaviGo leuchtet wieder dauerhaft rot. Sobald das Bett, respektive ein Sensor wieder belegt wird, schaltet sich das rote Licht automatisch aus und das Licht ändert sich in dauergrün. Das heißt, es ist alles in Ordnung. Die Sensoren werden belegt, beziehungsweise die zu pflegende Person liegt im Bett. Das Bettfluchtsystem benötigt für seine Funktionsweise die patentierte Deko 3 Matratze. Diese wird direkt mit einem wasserdichten und atmungsaktiven Bezug ausgeliefert. Es ist wichtig, die Matratze richtig herum im Bett zu platzieren. Dafür ist gut lesbar, am Kopfende ein Aufnäher mit der Aufschrift Oberseite-Kopfseite zu sehen. Somit können Sie jederzeit die richtige Verwendung der Matratze überprüfen. Um nun die Sensoreinheiten in der Matratze platzieren zu können, ziehen Sie den am Fußende verbauten Reißverschluss einmal bis ca. zum gegenüberliegenden Kopfende auf. Gleiches wiederholen Sie mit dem darunterliegenden Gleitbezug. Nun finden Sie die beiden Einschubkanäle, die im Auslieferungszustand mit zwei Schaumstoffeinheiten gefüllt sind. Diese können Sie einfach aus der Matratze herausziehen. Vor dem Einschub der Sensoreinheiten in die Matratze ist es wichtig, darauf zu achten, die Sensoreinheiten richtig herum in die Matratze einzubauen. Dazu sind die Einheiten auf der Oberseite beschriftet. Zudem ist die Anzahl der Sensoren pro Einheit angegeben. Bei der 3er SESI-Einheit wird die Einheit mit zwei Sensoren im Hüftbereich und die Einheit mit einem Sensor im Schulterbereich eingesetzt. Bei dem System mit fünf Sensoren für eine größere Gewichtstoleranz wird die Einheit mit drei Sensoren im Hüftbereich und die Einheit mit zwei Sensoren im Schulterbereich eingesetzt. Dieser Schritt ist besonders wichtig, da eine andere Verwendung als die hier beschriebene zu Fehlfunktionen führen kann. Als Praxistipp empfiehlt sich nun alle Komponenten, sowohl den Funkempfänger als auch die Sensoreinheiten, mit den mitgelieferten Aufklebern durchzunummerieren und diese als geschlossene Einheit zusammenzuhalten. Dies vereinfacht im Nachgang die Prozesse, wenn mehrere Systeme im Einsatz sind und verhindert das Vertauschen der Komponenten untereinander. Nutzen Sie nun die mitgelieferten Einschubhilfen, um die Sensoren in der richtigen Reihenfolge und unter Beachtung der Ober- und Unterseite in die Matratze einzuschieben. Drücken Sie dazu die Einschubhilfen im vorderen Bereich etwas zusammen, um den Einschub in die Kanäle zu erleichtern. Ist eine Sensoreinheit bis zum Anschlag eingeschoben, ziehen Sie die Einschubhilfen nacheinander heraus und wiederholen den Prozess bei der zweiten Sensoreinheit. Sind die Sensoreinheiten verbaut, können Sie nun den Fließbezug und anschließend den Oberbezug der Matratze wieder schließen. Das SESI-System ist nun in der Matratze verbaut und einsatzbereit. Das SESI-System ist nun in der Matratze verbaut und einsatzbereit.